einen wunderschönen guten abend und willkommen zu turniertag nummer zwei sturm angriff drei sterne kein lila unsere defensive versagt das war anzunehmen zu erwarten wie auch immer das wort heißt offensiv ist grün nicht erlaubt lila ist nicht erlaubt aber ich habe nicht viel grün deswegen spielen wir einfach mit dem team weiter mit dem wir gestern 5 gespielt haben und weinen weil wir keine steine bekommen nicht so ein scheiß nicht schauen wir mal jetzt fehlt leider immer noch einer der kommt nicht da man sind die tanki da drüben aufgestellt der witz ist ja wirklich oh mein gott ja eben dass die keine idee haben offensiv zu spielen da drüben aber jetzt kommt blau so bitte nicht anbringen jetzt heilt er wieder abartig sie macht eine heilung über zeit aber der link ist noch da so unsere heilung über zeit deckt auch noch ist aber wenn du slava 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 so ok vier grüne und 100 embleme ja ja das ist nicht so einfach ich habe aber auch keine roten aui schaden weshalb wir was machen wir hier müssen das so versuchen kein rot dann spieler ein bisschen blau ja bevor er auslöst und dann die roten auf den grünen hinten schau mal so der link ist noch da bitte lasst mond falke leben natürlich nicht oh mein gott das ist die erste nährlage im turnier und ich glaube den bei olf hätte ich mir schenken können damit ok jetzt wir gehen wir back to blue so zack 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 ja party button gibt uns mond falke fast das ist mond falke das ist blau nicht so viel nein das ist ok und die blauen in rot haben es gebracht zwei haben wir noch bleiben dabei und haben wieder nur fünf blau zumindest haben wir hier oben erstmal ein rotes bäumchen vielleicht kommt ein bisschen blau hinterher so jetzt bringen wir mal mond falke oh mein gott wo kam denn der warum ist das soviel auto attack schaden und warum löst ja hangier eigentlich aus fragen über fragen ich weiß nur dass ich verliere so so wo ist ein blau da ist kein blau da kommt auch keins da kann man den nord rebuff auf die gegner machen wie man will wenn dann kein blau da ist macht das auch keinen schaden zweite näherlage jetzt blau da ok 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 maximum an bord bewegung ich brauche mehr blau ich krieg aber verdammt nochmal nicht mehr blau ich krieg aber verdammt nochmal nicht mehr blau ja doch ein bisschen so bitte lasst mich leben danke ok das war dann wieder ein persönlicher abschluss aber schön sieht anders aus da ist wieder der berühmte gruftpilz der wird langsam zum nehmen bei uns das wiederum jetzt habe ich wieder ein bisschen futter so dann können die beiden hier schon wieder rein haben wir gleich noch irgendwo was zu tun was ich noch zeigen könnte nö eigentlich nicht dann bedanke ich mich fürs zuschauen und bis morgen haut rein tschüss